Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ersteindruck. Heute testen wir das Spiel Storm Edge. Was ist Storm Edge? Also Storm Edge wird als Roguelike-Spiel, sag ich mal, hingestellt. Könnt ihr so ein bisschen vergleichen mit jedem Roguelike-Spiel, was wir derzeit gespielt haben, aber es ist doch ein bisschen anders. Es sollen ja auch Vollspielelemente zu sein und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt. Das Spiel ist noch nicht draußen. Das Spiel kommt irgendwann im Laufe des Jahres raus, also irgendwann 2024. Und ja, ihr seht es auch hier unten in der Ecke. Oder ist da meine Kampere? Weiß ich noch nicht. Hier steht Demo. So, die Übersetzung ist natürlich auch schon in Deutsch drin. Es gibt schon einige Übersetzungen, was ich halt cool finde. Das ist jetzt auf Deutsch gesetzt. Ich habe jetzt erstmal eine FPS-Sperre von 60 reingemacht, weil bei Demos bin ich immer so ein bisschen... Naja. Dann gibt es noch so eine Zielerfassung. Können wir ja auch mal gucken, wie das wirkt. Und ansonsten würde ich sagen, wir fangen mal an. Das Dorf Buschwind ist nicht weit entfernt. So, warte mal. Können wir laufen? Ne, es ist 20 Jahre her. Lilly. Verdammt, ich hasse diesen Ort. Das läuft. Gibt mir nicht noch einen Grund, diesen Ort zu hassen. Hier. Okay, W-A-S-D. Funktioniert schon mal ganz gut. Hier können wir uns nicht heilen anscheinend. Linke Maustaste ist Schießen. Wärte Taste ist Daschen. Das ist schon mal ganz gut. Ich glaube... Wollte ich mir vollkommen denken. Au. Was ist das? Zu Sprinten ausweichen. Perfekte Ausweichen wird durchgeführt, wenn du einen Angriff... Achso. Mit dem Sprint genau zur richtigen Zeit ausweichst. Warte mal. Ich glaube, das hier soll man hier probieren. Ah, Perfektes Ausweichen. Okay. So. Ah, okay. Verstehe. Ja, muss man erst mal wissen. So, das ist der Standardangegriff. Können wir den töten? Ne. Gut. Ansonsten, hier hat man ja auch noch was. Was ist das? Zack. So, nach 35.000 Mal Umstellen des Sounds hoffe ich, dass ich es jetzt gefixt habe. Ich bin mir noch nicht sicher. Okay. Es ist halt einfach ultra laut. So, müssen wir da mal schauen. So. Okay, wir können dir das explodieren lassen wahrscheinlich. So. Das mit den Dätschen finde ich schon ganz cool. Was ist das? Ein Buch. Okay. Fortgeschrittene Eigenschaften. Kombo-Punkte. Du hältst einen Kombo-Punkt, wenn du angreifst. Kombo-Punkte verwandeln deine Angriffe in andere Fähigkeiten. Kann ich das jetzt hier auswählen? Ach nee, das habe ich jetzt. Okay. Gut. Ganz schön laut, ne? So, nochmal hier. Ach, guck mal. Wenn er genau hinguckt. Normal. Das wird halt immer größer, ne? Was ist das denn? Okay, es muss angepasst werden. Das gibt's nicht. Also so oft habe ich jetzt noch nie was mit meinem Sound geregelt. So, das müsste das sein. Mehrfach angreifen so. So, müssen wir ein bisschen ausweichen. Okay, haben wir anscheinend alle schon gekillt. Okay, so kann man ein bisschen das Ausweichen üben. So, weiter. Jeder Schild gewährt den C plus 50 Schadenswinter. Äh. Okay, wartet mal. Äh. Okay. Interessant. Also wir müssen die großen Angriffe anscheinend machen. Also das ist schon echt laut, ne? So. Also das ist, okay. Okay, wir müssen berechnen, es ist immer noch eine Demo. Ich hoffe, den Sound passen sie dann noch an. Weil das ist einfach, ich weiß nicht, ob die Leute da ein bisschen auf den Ohren sitzen. Au. Oh, ich bin perfekt ausgewiesen. So. So. So, den machen wir jetzt mal weg. Oh. Wo ist eigentlich mein Leben? Ist das mein Leben? Man kann auch automatisch hitten, ne? Das gibt's auch, ne? Also das hier automatische Zielerpassung reinmacht, das gibt's, gibt's auch. Also ihr müsst nicht unbedingt jetzt so machen, aber ich finde es so wahrscheinlich entspannter. So. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich da durchkomme. Ah ja. So. Also das muss man erst mal wissen. So, weiter geht's. Geil. Also bis jetzt macht's richtig Bock. Ich finde halt, das Spiel ist halt... Oh, Magier? Das ist ne Heiler. Wääääää. Wot the fuck? Ach, die blöde Schlange. Oh, hier ist noch Magier. Wir machen erst den Magier. Hab ich hier irgendwas? F? Flügelohrringe. Ja, sicher. Okay. Also, ist schon krass. dass die Sounds so ultra leise sind, aber diese Effektsounds so ultra laut, ne? So, das ist, weil das Problem ist, ich erkläre euch das mal ganz kurz, ihr könnt hier natürlich Einstellungen machen, ne? So, äh, Musik habe ich jetzt relativ leise, hört ihr? Dann habe ich Umgebung, Sound of 1. So, die können wir ja auch mal hoch machen. Aber hier der Effekt, das ist so ultra laut. So, das Problem ist, ihr hört es ja, das ist dann ultra leise. Gehe zum Webstuhl von Elemente und gebe Gold aus, um deinen Zauber zu verstärken. Okay. Aber das ist dann wieder ultra laut, ne? Also ihr hört halt keinen Feuerball-Sound, das ist halt... Das ist das Blödsinn. Na gut, aber wenn das Spiel so ist, können wir es nicht erinnern. So, verbrennt Gegner für 4 Sekunden, wenn du mindestens ein Konzentration... Wenn du mindestens ein Konzentration... Wahrscheinlich, wenn ich hier habe, kann ich ihn dann anschießen und dann mache ich halt einen Feuereffekt drauf. Verbrennt Gegner für 4 Sekunden, durchdringt 2 weitere Gegner. Ich würde das hier sagen. So. Also das Spiel hat sich jetzt mega cool, ne? Nicht falsch verstehen. Das Problem ist gerade aktuell nur der Sound. Wenn ich jemand davon aus, wenn es da draußen ist, dann werden sie es nochmal fixen. So, er verbrennt jetzt. Wann verbrennt er? Okay, wenn ich ihn mit dem großen Feuerball hinter, dann verbrennt er. Gut zu wissen. So. Oh, ich erschrocken mich halt jedes Mal. Das Problem ist, wie erwähnt, ist, dass die Sounds zusammenhängen. Also ich kann jetzt nicht den Feuerball-Sound leiser machen oder diesen Sound leiser machen. Deswegen ist das gerade so ein bisschen komisch. nach einem perfekten Ausbildung hältst du 2 Konzentrationen und führst den Reposter und flüchtiger Geschick. Oh, cool. Das ist cool. Das ist jetzt eine Kerneigenschaft. Wir haben hier unten jetzt irgendwas aufgemacht. Geringer Fanta erzeugt Fanta für 4 Sekunden. Fanta ist mit Feuerball auf Feinde, wenn Ulrich eingesetzt wird und verursacht 8 Feuerschaden maximal. Okay. Wenn ich riposte. Also riposte heißt ja, glaube ich, wenn ich... Oh, ausweiche. So. Ach, lol. Habt ihr es gesehen? Passt auf. Der kommt da. Was soll ich machen? Oh, lol. Äh, hab ich jetzt mehr von denen? Für 4 Sekunden? Für 4 Sekunden? Für 6 Sekunden? Perfektes Ausweichen. Was auch immer. So, wartet. Ich muss. Passt auf. Immer so für euch. Ich musste den da drauf schießen lassen. So. Perfektes Ausweichen. Perfektes Ausweichen. Perfektes Ausweichen. So, easy. Habt ihr es gesehen? So geht das. Ist ja richtig geil. Der Text ist ein bisschen zu groß, finde ich noch. Der könnte uns ein bisschen kleiner machen. Und hier oben in der Ecke. Schau mal hier. Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Sehr cool. Was ist das? Wolfsdolch. Schaden für Flüchtige geschenkt. Gibt es ein Inventar? Es gibt ja auch ein Inventar. Ich muss mal kurz gucken, wie man da rankommt. Gut. Das ist Ulrich. Hier kommt mal noch andere Charakter. Ausrüstung. Hier. Waffe. Haben wir. Da fehlt noch eine Waffe. Amulett. Ring, Ring. Ohrringe. Okay. Schule. Ist das? Gut. Weiter. Was ist das hier? Jetzt zweimal gedodged. Ja. Der war frech. Wie viel mal kann ich den dodgen eigentlich? So. Das Problem ist, der Text ist zu groß. Oh, oh, oh. So, einmal haben wir schon weg. Ah, ich wollte gerade ausweichen. Komm, mach was. So. So geht das. Oh, brech. Da kommen noch mehr. So. Das müssen wir so machen. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, den Sound kann ich nicht viel ändern. Entweder ist es für euch ultra laut oder ist es ein bisschen leiser. Ich glaube aber ein bisschen leiser wäre doch angenehmer. So, wer ist das? Hallo. Wähle eine Verbesserung. Schritt der Bosheit. Du kannst dich bewegen. Während des Standardangriffs bei 60 Bewegungstempo einsetzen. Du hast 50% Angreifsgeschwindigkeit, wenn du in der letzten 2 Sekunden Konzentration erhalten hast. Kombo-Punkte verfallen, stattdessen allmählich. Kombo-Punkte halten plus 20% länger, bevor sie verfallen. Das ist eigentlich geil. Äh. Hoffen wir. Das heißt, ich kann jetzt mich bewegen. Also eigentlich kann ich mich bewegen. Das sind Standardangriffe. Gut. Let's go. So, was haben wir hier? So. Weiter. Echt? Ich glaube, ich habe das nicht gesehen oder was? Okay. Oh, der ist ja auch noch da. So. Mir gefällt das Spielprinzip, ne? Mir gefällt ehrlich dieses Spielprinzip. Ich finde das mega cool. Au. Boah, ich habe echt wenig Leben, ne? Ah. Okay. Ah, wir starten wieder mit vollem Live. Sehr gut. Ich versuche gerade auszuweichen. So. Jetzt mal den großen Feuerball in C-Sichtum. Das ist easy. Gut. It's down. Ich versuche gerade. Mist. Okay, war das jetzt ein perfektes Ausweichen? Ne. Einfach nicht. Boah. Ich versuche die eine erstmal wegzumachen. Okay. Auch wenn ich ein bisschen langsamer... Verstehe. Wenn ich ein bisschen langsamer ausweiche, kriege ich trotzdem... Gut, der war gemein. Kriege ich trotzdem Ausweichen, aber kein perfektes Ausweichen. Ich glaube, bei perfekten Ausweichen kriege ich... ...zwei von den Punkten. Und bei nicht perfekten Ausweichen... ...zwei von den Punkten ausweichen. Hä? Okay. Was soll das sein? Bei nicht perfekten Ausweichen kriege ich... ...ähm... ...nur einen, glaube ich. Mal gucken mal. Guten Morgen, Sir. Ich bin von Storm Edge. Mein Name ist Ulrich. Ist das der Weg nach... ...D. Arsch. Ehe. Ehe. Frecher Luchs. Ehe. Wollen wir aber mal nicht frech sein, ja. Okay. Okay. Das hat wir. Aber... Boah, das sehe ich immer nicht, wie der schießt, ne. So. Muss halt den großen Feuerball machen. Ja, aber frech. Äh? Boah, ist der hat mir Schaden gemacht? Was ist das? Jeder macht die zweimal. Ah, frech. Stirb halt. Er stirbt halt nicht. Aber ich habe ihn besiegt. Habe ich es schon wieder getan. Erinnert sich an Storm Edge. Gut. Habe ich sie verletzt. Beinahe, aber netter Versuch. War schon knapp. Entschuldigen Sie viermals her. Ulrich von Storm Edge. Ich bin... Um... Entschuldigung. Ulrich, seit einem Unfall vor 20 Jahren habe ich Probleme. Ich habe wirklich Probleme. Ja, natürlich. Ich habe mich in diesem Wald zurückgezogen und nur mit Monstern gekämpft, nachdem ich meinen Verstand verloren habe. Vor 20 Jahren... Was ist mit ihm passiert? Ich möchte mich nicht daran erinnern. Verzeihung. Seltsam. Das war vor 20 Jahren. Keine Sorge. Führt dieser Weg nach... Bruchwind? Ja. Wenn Sie unterwegs zum Dorf sind, könnten Sie bitte eine Nachricht für mich übermitteln, Sir. Sicher. Was soll ich denn ausrichten? Sagen Sie meiner Tochter, Kathy, dass es mir im Wald gut geht. Und dass ich sie liebe. Das werde ich. Soll ich auch eine Nachricht von ihr überbringen? Nein, nein, nein. Kommen Sie nicht zurück. Ich will keinen Menschen mehr verletzen. Gehe sie jetzt, bitte. Ich habe jetzt eine gute Seele. Vielleicht kann ich etwas erreichen, wenn ich mehr Informationen erhalte. Ich werde jetzt gehen. Pass auf dich auf, mein Guter. Gut. Pass das jetzt auch aus. Was ist das hier? Ein Schild. Achso. Okay, verstehe. Bewegungstempo. Ja, okay. Das ist selber. Aber wir nehmen mal das Schwert. Barriere bei kritischen Treffern. Ah, da weiß ich nicht, ob ich da eine Barriere... Boah, diese... Okay. So, wir gehen mal hier hoch. Ähm... Sehr gut. Das. Hier irgendwie... Kannst du nicht... Ja, wie kann ich das hier reinziehen? Kann ich das hier irgendwie... Nee, geht anscheinend nicht. Sturmwelle, tut dir nicht mehr weh. Äh, tut dir nicht mehr weh. Sturmwelle, tut dir nicht mehr weh. Das sind Sturmwellen. Sind das die Sturmwellen? Ah, cool. So, heilen. Wie gesagt, das mit dem Sound, dass die anderen Sachen so laut sind, ist halt echt nicht schön. Ne, aber was willst du halt machen? Boah. Aber das Spiel an sich gefällt mir wirklich sehr gut. Deswegen, wenn das Spiel rauskommt, hoffe ich, dass das mit dem Sound gefixt ist. Ansonsten ist ja echt Bombe. Äh, so. Das hier. Das kann man hier. Speer-Druck. Goldener Anfang. Plus 20 Gold zu Beginn der Erkundung. So. Gebetshütte. Hingabe. Hingabe. Das müssen wir alles später machen. Was ist das hier? Reliquien-Werkstatt. Entsperre den Sekundär-Waffenslot. Oh. Cool. Also, dass wir dann zwei Waffen anscheinend haben können. Oder wir können tauschen. Oder wir können halt zwei Waffen tragen. Das ist cool. Grünes Haus. Okay, das ist nix. Weiter. Ist das hier? Hier schießen kann ich anscheinend auch. Äh. So, was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich Training. Äh. Ich mit Kaffi. Welche ist Kaffi? Was ist das hier? Was ist das Ding? Kann ich ja mit denen sprechen. Noch nicht. Wahrscheinlich muss ich mit Kaffi reden. Die wird hier wahrscheinlich... Ah, das ist Kaffi. Okay. Ich habe Ihren Vater tiefer im Halt getroffen. Hm. Ich will, dass ich ihn ausrichte, dass es ihm gut geht. Und dass er sie liebt. All die Jahre meine Gebete wurden erhört. Vielen Dank, Herr Ulrich. Aber zuerst muss ich meinen wilden Kameraden Bier finden. Haben Sie ihn zufällig gesehen? Ja, ja. Ein freundlicher Kutan. Er kam in dieser Hütte vorbei. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier langlaufen. Er schien für seine Heimatland zu beten oder so. Äh. Okay. Leider wird er vermisst. Oje, Gott segne ihn. Ich glaube, dass es ihm gut geht. Irgendwas erwähnt. Ich glaube, er hat das Portal benutzt, um in die Tiefen des Waldes zu reisen. Okay. Warum rennt er jetzt in die Mitte? Ich sollte das Portal benutzen, um versuchen, Bieres Pferd aufzunehmen. Er ist wahrscheinlich zu den Berggipfeln gereist. Seine Mission war, die Quellen des ersten Sturms zu erforschen. Binde das Portal im Dorf und nutze es, um dich zum Wald zu teleportieren. Okay. Wahrscheinlich geht es hier lang. Wahrscheinlich geht es da nicht lang. Hätte ja klappen können. So, was gibt es hier? Hier, hier. Wahrscheinlich, das ist das Portal. Äh. Unerwarteter Besuch. Das waren wir. So, dann hier Akt 2. Verfolgung im Wald. Was haben wir hier? Boss, uralter Brunn, Gold, zusätzlich Gold, Kiste. Was ist denn das hier alles? Das sind die Wege vielleicht, die wir gehen können. Lässt sich die Eigenschaft einer Sch... Lässt sich die Eigenschaft einer Schule. Das ist... Ach, hier. Verinnerlichen. Okay, das steht hier ganz... Gewährt ein Relikt. Wir machen mal das. Das hier? Ich weiß nicht, ob das hier dann noch so bleibt oder ob wir das dann pro oder neu haben. Aber so wie das aussieht, habe ich das schon jetzt freigeschaltet, ne? Verbrennt Gegner für 4 Sekunden. Verwandt. Die nächsten 2 Standardangriffe bei Treffer in phantasmatische Feuerwehr. Beim Einsatz phantasmatische Feuerwehr plus 16% Schaden. Okay, 1, 2 und dann, okay. Neh mal das hier. Hm. Na gut. So, was ist das hier? Das poppert hier so. Ah. Ah, okay. Ich musste die schnell besiegen. Dann habe ich zwei Kisten bekommen. Gehe ich das jetzt? Hallo? 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 Okay. Okay. Wartet mal. Einstellung. Tastatur. Sprint. Interagieren. F. Warum geht das nicht? Ach, hier. Gut. Okay. Okay, was ist das? F. Das ist der Roboter? Okay, den verstehe ich nicht. So. Verdammt. Okay. Hier oben sind Sekunden. Seht ihr das? Was? Hier oben sind Sekunden, dann kriege ich zwei Kisten. Wahrscheinlich muss ich das derzeit schaffen. Ah. Stirb! Du kleiner Dreckiger. Durchgang freigeschaltet. Okay. Wahrscheinlich hätte ich das schaffen müssen. Dann hätte ich wahrscheinlich zwei Kisten... Also, hätte ich ja zwei Kisten bekommen. Wenn ein Gegner durch Fallen getötet wird. Toll. Ja, toll. Durch Fallen. Lässt sich so weit... Ah, ich habe doch zwei gekriegt. Besiege alle Gegner. In... Nein. Die habe ich nicht bekommen, weil ich den letzten nicht gekriegt habe. Toll. So, ja, bist du. Hallo. Grausamkeit. Abschlussangriff gewährt. Eine Konzentration bei einem Treffer. Dieser Effekt hat einen Abdeck von acht. Du fügst allen vier Sekunden Sturmwelle dazu. Rommepunkt, aber vor allem steht das... Ich glaube, das wäre geil. Natürlich kann ich es mir nicht kaufen, weil ich nur 23 Gold habe. Okay. Was ist das? Die Statue reagiert nicht auf dein rituelles Opfer. Was ist denn das rituelle Opfer? Ich. So. Treten. Okay. Unser Leben ist aber auch low, ne? Müssen wir auch mal berechnen. Ich glaube, wir sollten... Kängig fest. So. Müssen wir ein bisschen gucken hier. So. Boah, wie viel kommt denn hier? So. Ah, er hat mich erwischt. Stürb halt einfach. Ach, komm. Die Letzten. Äh... Die Letzten echt jetzt. Hätte aber nicht sein müssen. So. Hey, yeah. Okay, die kriegen wir. Cool. Und die. So, was haben wir jetzt hier? Wir können uns jetzt hier was kaufen. Schwerer Schlag. Was ist denn der schwere Schlag? Platzminderung gegen brennende Gegner. Äh... Ich nehme, glaube ich, das hier. So. Das ist aber ultralaut, ey. Geh jetzt mal hier hoch. So. Ich wollte jetzt nicht ins Mikrofon husten, aber ich musste gleichzeitig kämpfen. So, ich habe ja... Mir fällt gerade auf. Ich habe die Fähigkeit ja gar nicht, dass ich beim Laufen... Äh... Dass ich beim Laufen gar nicht schießen kann. Au. Nein, ich bin tot. Ah. Okay. Die Sounds da würden mich halt noch extrem, muss ich gestehen. Aber so an sich ein richtig gutes Game. So, wir sind wieder im Lager. Ja. Und ich wollte euch das Spiel nochmal kurz zeigen. Wie gesagt, Storm Edge ist noch in der Demo. Könnt ihr gerne mal austesten. Müsst ihr einfach nochmal unten. Ich glaube, in der Videobeschreibung könnt ihr sogar die Demo anspielen. Muss ich mal schauen. Also bis jetzt eben ging es noch. Dass ihr die euch runterladen könnt. Und ansonsten, wie gesagt, kommt 2024 raus. Finde ich mega cool, das Game. Nur der Sound, der verwirrt mich gerade extrem. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen... Naja. Aber... Das ist eine Bewertung da. Sagt mir bitte mal, was ihr von dem Spiel haltet. Bis jetzt, der Eindruck ist cool. Ist natürlich Pixel Game. Wer das nicht mag, der ist ja eh nicht abgeholt mit. Aber dieses Spielprinzip finde ich mega cool. Ansonsten... Gibt es noch zu sagen? Nix eigentlich weiter. Ähm... Ja. Wie gesagt, schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Auf Wiedersehen.